Okay, vier Pizzen und ein Salat. Salat? Wie macht man einen Salat? Zuerst nimmst du einen ganzen Kopfsalat. Auch das weiße Stück unten, das man nicht kauen kann? Die Leute wollen das so, also was noch? Ich hab hier ne Dose mit ganzen Oliven, soll ich sie halbieren? Bist du verrückt? Die müssen ganz bleiben. Man will ja wissen, dass man eine Olive im Mund hat. Was ist mit dieser Tomate? Schneid sie in drei Teile, man muss damit lustige rote Zähne machen können. Und die Karotte, soll ich sie in Scheiben schneiden? Ja, aber der Länge nach und sehr dünn. Eine große Scheibe, aber ganz dünn geschnitten. Okay, was haben wir noch? Äh, wir haben scharfe Peperoni, aber die kann man nicht essen. Kein Problem, schütz sie alle rein. Und tun wir das jetzt in eine Schüssel? Nein, wir tun's in einer Lasagneform. Okay, super, dann geh ich mal. Oh, und stell ihn unbedingt auf die Pizzen drauf, damit er auch richtig schön warm bleibt.